Wir sind am Ende angekommen und zeitlich auch Punktlandung auf 3 Uhr getimt. Damit würden wir uns hier aus dem Forum Factory verabschieden und nochmal darauf hinweisen, ab 16 Uhr ist die Ausstellung, wie gesagt, um die Ecke liegenden Hector Space noch zu begutachten. Sie wird auch noch länger dort sein und ab Freitag auf der FIFCon an der TU zu finden sein. Eine spannende Ausstellung und wir weisen nochmal darauf hin, dass es eine ganze Woche ein abwechslungsreiches Programm geben wird an verschiedensten Orten. Es kommt die Woche noch einiges dazu, was bis jetzt noch nicht im Programm zu finden ist. Insofern gerne immer wieder nochmal reinschauen und gucken. Gerne auch, falls ihr noch Angebote habt, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten und aufnehmen können, uns mitteilen. Da sind wir auch sehr offen noch, was mit in das Programm aufzunehmen. Insofern vielen Dank für das hier vorbeikommen, vielen Dank an das VOG-Team für die Ermöglichung des Livestreams, vielen Dank an das Forum Factory, das ihr uns hier gehostet habt, vielen Dank an die Kulturkombüse für das leckere Essen. Es war von allen tatsächlich sehr gelobt und gut angekommen. Und ja, ich danke für euer zahlreiches Schein. Bis zu den nächsten Events. Ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar Mal. Heute ist, wie gesagt, noch digitaler Salon und Slow-Tech-Dinner als Möglichkeiten gegeben. Und für den Rest schaut gerne ins Programm. Dankeschön. Bis dann.